Ich muss ehrlich sein, ich habe mich lange nicht getraut, 5 Gramm zu nehmen, habe ich auch heute nicht. Aber ich habe mich lange auch nicht getraut, überhaupt diese Dosis zu begehen, auf die ich in vorherigen Kapiteln hingewiesen hatte, weil es mir schlecht ging. Ich war physisch nicht ganz auf der Höhe und es ist der beste Zeitpunkt, dem Pilz zu zeigen, auf welche Art du Heilkräfte besitzt, auf welche Art du heilen kannst, dich selbst und dann welche Energie du in die Welt projizierst. Ich denke, wir haben es begriffen. Hallo, ihr lieben Leute, ich darf euch herzlich begrüßen auf unserer Zauberreise. Ich habe mir diesen Einstieg ausgewählt, weil mich die Gegend interessiert. Aber wir wissen alle, worauf es hinläuft und ich werde mich später in die Kathedrale begeben, um dort zu singen, um zu tanzen. Und ein wenig weiterzubauen. Momentan ist es noch nicht notwendig, wollte ich sagen, weil man die andere Shore-Hälfte noch erreichen kann. Instead, ich fliege auf den Boden, mit meiner Elytra nicht zu viel, um die Elytra zu machen, um die Höhe zu machen. Let's see how it faires now, mit einer kleinen Sprint, vielleicht? Still nicht. Let's make it a bridge. Easy going. Easy, it's coming. From the top. War auch eigentlich nicht unser Zweck. Wir danken dir dennoch, uns diese Richtung gewiesen zu haben. Oding, mit dem wir interagiert haben. Und freuen uns, auf der nächsten Begegnung eine etwas andere Wahrnehmung entdecken zu können. In unserer eigenen Appreciation dieser jeweils nächsten Szene. Denn das lässt sich auch schon echt genießen. Und ich habe einfach nicht aufgehört zu reden. Ein zu saugen. Das Ganze. Und wo Not tut. Denn ich habe gerissen. Auf dieser Oberfläche. Mich eingekratzt. Versteht ihr? Um all diese, überall, jedem, denselben Moment mitgeben zu wollen. Dieser Aha-Moment. Dieser Ja-Alles. Ein Träger der Wirklichkeit. Einer von vielen. Eine andere Perspektive. Ein neuer Winkel. Auf dieselbe Ganzheit. Ja, alles. Wir. Und... Ihr kennt meinen Namen. Lasst uns sanft herabgleiten. Es ist... Wunderschön. Ich habe sie geupdatet. Am Strunk. Sonsten... Derselbe. Wir dürfen. Hi. Ich bin's. Auf dem Weg. Bin mir noch nicht sicher, ob ich dieses Stück Material mit reinschneide. Hat ja auch eine Relevanz. In welchem Winkel ich fliege. Aber nein, es hat keine Zeit gebraucht. Um nach Hause zu finden. Into the Mothership. UFO. Nexus. We are... Im fünften Level, glaube ich. Und Tauchgang. Kenne mich aus. Noch einer? Mindestens. Okay. Nein, hier waren wir noch nicht. Schön. Das ist... Wahnsinnig schön. Einer tiefer ist der... Austauscher. Richtig? Aha. Aha. Da spalten sich die Geister. Hui. Und vereinen sich. Im Kampf. Im Tanz. Vereinigen sie sich hier. Ups. Ich darf sie herzlich begrüßen. Auf unserer Reise nach oben. Schon wieder muss ich was reparieren. Und... Let's get out of here. Die Andesit Slime. Hier oben. Könnte erst mal ein bisschen Gewicht vertragen. In der Ecke. Nur so viel. Um zu sagen. Ja, bin hier gewesen. Habe... Diese... Schwere empfunden. Und weil wir dürfen... Let's make it a Zauber. Ping. Okay. Wir wollen uns direkt dahin begeben. Keine Zeit zu verlieren. Aber gerne welche zu verschwenden. Hui. Da vorne ist das Dörflein. Kann man vorbeifliegen. Ja. Oh. Na gut. Ein Blick. Schönen guten Morgen, Dr. Schildkröte. Guten Morgen, Lama. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ach, es sind mehr Schildkröten. In den Eiern drin. Bitte. Mein Herr. Okay. Das wollte ich eigentlich als Geheimnis behalten. Wie es auf der Rückseite aussieht. Ich meine, hier sind wir schon gewesen. Und... Es gibt nichts zu sagen. Schade, fast. Ich hätte gerne noch. Aber dann lass es uns versimplizieren. Dann dürfen wir wieder. Hier. Bin da gewesen. Aber gerade zieht es mich woanders hin. Da zum Beispiel. Ich meine, es könnte eine ganze Eisfläche sein. Warum nicht? Klack, 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 klack. Und so als Fläche lassen. Oder den ganzen Block voll. Bis oben. Ja. Ne, das reicht. Das war unsere Begegnung für heute. Ich hoffe, ihr seid nicht zu enttäuscht, dass es vorbei ist. Wir sehen uns beim nächsten Mal. The Moons Risen Guten Morgen, ihr Schönen. Hier war mal ein Baum. Pa, 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 pa. Pa, pa, pa. Pa, pa, pa. Da, la, 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 la Aber While I wasn't so keen about being taken advantage With regards to building in that state And making something and work However, we are inclined to lend our voice And so while we are back here So, let me test this out just one more time Why not play with it, play with it a little And make our way through what seems to be quite an entertaining evening Hey, how are you guys doing? I think we should not change the direction Nur unsere Schritte wechseln Und es bietet sich doch ein Weg an Von dem ich kenne Also hier, geschwind durchs Unterholz In die Beschütznis dieser elfenbeinernen Pfähle machen Funktioniert sogar Ja, warum ist hierzu Danke Eine einsame Fackel Continue Ja, einfach Hinab Hinein Ins Unbekannte Ins Neue Wieder einmal Neu erleben Deshalb ohne großen Zwang Gleich etwas daraus machen zu müssen To become it To become it Dabei gewesen zu sein In der Entfaltung Durch die Zeit Das ist wahres dabei sein Okay Aha To become it Wir dürfen die Abkürzung nehmen Oder sofort wieder nach Hause Es fehlt nichts Diese große Wiese ist bloß sehr She is raw Ist das unsere Formulierung Der Ausdruck Imposant als Ob ihrer Leere Also hier Ein Weg Der uns In dieser Situation Doch als der Sicherere Erscheint Und hopp Wir sind dabei Es ist hier nicht wirklich viel passiert In Vorbereitung Auf diesen Trip Da Hab ich die Brücke Na ja Verwertigt Und Hier drüben Ähnliche Sachen eingebunden Ich würd sagen Obwohl es Spaß gemacht hat Vielmehr Darf ich euch grad Nicht davon mitgeben It isn't mine alone Die sind eigentlich seit letztem Jahrhundert verboten Aber man kann eine Leiter hinzufügen Außerdem The Random Accidental Hat mir doch ganz gut gefallen Und vielleicht noch den Tag mit einem Fund kommemorieren Gut Super Lasst uns raus aus dieser Höhle Und Über diesen Hügel Denn es zieht uns In die Vergangenheit Denn da drüben Da sind die Begebenheiten älter Da haben sie schon an Da haben sie schon vom Genossen zu werden Wert gezogen Gesehen worden zu sein Die Wege sind unendlich Wir können uns hier Ja Je Überall hin bewegen Und There is no point And that's the point That's why I can't do it so often Because when I make one When I make a point And I may Because they're my points Then they're impactful And necessary Sometimes necessary Because While it is complete All of it And has been Since that date We can choose a different path You know And We should be encouraged to Das entsteht nicht von alleine Nicht der Anfang Aber dann alles Versteht ihr? Ich verstehe mich selber nicht Okay Na dann Schönen Absturz I shouldn't be kidding This is Still Just an idea We're still here This is The lost episode But seriously I should go A thought You requested Have it It's yours It's yours It's yours Yeah Was will man auch sonst Mit so einer Situation anfangen Ich habe Eine Mauer hochgezogen Schon was dran gewachsen Ansonsten Ist Dieses Das einzige Rätsel Was uns übrig bleibt Und Damit könnte man Nun so gut wie Alles anfangen Ich denke mir Die Clues Liegen in der Ferne Was haben wir sonst erlebt? Als wir unterwegs waren Lass mal gucken Ich bin mir sicher Hier die Eisrampe Ausgeführt Die dient quasi als Beschleuniger Hopp hopp Ja Weil es Spaß macht Hier unten könnte doch Eindeutig ein Speedbeacon rein Oder? Zur Erinnerung Eine Fackel Ach das hält nicht Unter Wasser Alles klar Dann so I've only built A power One Beacon For now Just That we may enjoy it And These can go I'm not sure These could stay Anyway We were on a search Where Might I find Except by Going the same way Or feeling for the same What pulls me Oh Didn't know I had a Home villager Ha Really Ich kann mich echt Nicht daran erinnern Ihn platziert zu haben Aber Klar Kann ich dir Ein paar Freunde geben Aha Sehr Sehr Interessant Mit all dem Hab ich nicht Interagiert Ich hab mich irgendwie Fein durchgesneakt Zur Kathedrale Kommen wir gleich Ähm Ja und Hinten Bei der Kirche Nein Dann lass uns gleich Zur Kathedrale gehen Das einzige Wichtige Was ich noch Gemacht hab Sollte Mit Gezeigt werden Hier nervt mich Mittlerweile Der Jumper Ich mach auch Ein Speed Draus Aber mit Bin mir gar nicht sicher Wie schnell das ist Und Speed Es kann auch Bisschen nerven Manchmal Jump sollte jetzt Gleich verschwinden Weil immer dieser Zug Effekt Eintritt Wenn man sich Vorbewegt Als würde man Sprinten Aber ich meine Genau darum geht's Ja oder Wenn du still stehst Wie üblich Dann Das Kreuz Darum ging's Von Anfang an Geheimnis Gelüftet Allah Ist ein Mädchenname Da wär's Und hier darf Licht durch Aber ich Möchte es auch Abgecapped Aussehen haben Ich hab's Ich mach Ne Kette Und oben drauf Ne Pressure plate Sollte Licht Durchkommen Aha Aber man Selber Kann nicht Sollte Ja das ist ein bisschen Schwieriger Aber hier auf die Mauer zu kommen Ist möglich Was will ich jetzt Auf so einem Abstieg machen Respektier doch Die Architektur Geh die Treppe runter Meine Ah Falscher Seite Nein Bahnhof Hm Quite internet Da gibt's nur den Aufzug Ja Die zweite Hier gibt's Treppen Man Kann Aber auch Ja Als Bauer Das Ganzen Was wollte ich hier unten Ach ja Prüfen Ob jetzt Heller ist Als vorher Hm Viel besser Also Macht mit Dem Spruch Was ihr wollt Bin überzeugt